Schauen wir uns an. Eine Blitzpartie. Matthias ging den Schachpräsidenten Christian Hursky. Es geht los. Fünf Minuten. Was wählen wir für eine Eröffnung? Alles geht schnell hier. Matthias ist unser Blitzmeister. Das macht aber immer. Ein Abtausch, eine Figur, die weg ist, kann nicht mehr verloren gehen. Jetzt kommt der Matthias über den Damenflügel. Er möchte es zumindest. Zuerst, was sagt die Uhr? Nein, hier ging doch eine weiße Figur verloren. Aber Matthias kämpft sich durch. Er hat sich ein Teil. Es muss eh sein, denn bei der in der im Vielen Dank. Das ganze NLS-Team steht, oder besser gesagt, sitzt bei Matthias. Das Material ist aber doch jetzt wieder ziemlich ähnlich. Dame im Turm und Leichtfigur. Nein, nein, da ist doch ein schwarzer Läufer mehr. Aber vielleicht gibt es ja noch Überraschungen. Und wir haben versucht, Druck zu machen. Ja, mein Tausch. Schauen wir mal auf die Uhr. Matthias hat etwas schneller gespielt. Das hat Matthias seine Figur zu Rücksch gewonnen. Der Turm und Leichtfigur. Und den Bauern hat er noch weniger. Ja. Und das ist das kleine. Ja. 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 Ja, ganz spannend, jetzt sind eigentlich materiell die Verhältnisse ausgeglichen. Ach so, da ist noch ein Bauer dahinten. Einen Bauern hat Schwarzmeer, aber was sagt die Uhr? Da ist Matthias etwas von der Zeit vorne. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich höre, wie jetzt passiert. Da hat doch wieder die Figur vernommen. Gerührt, geführt, das haben wir gelernt. Jetzt wird es spannend. Ein richtiges Foto-Finish, jeder auf den König und zwei Bauer. Schwarz im Flugzwang. Tja, jetzt kommt es darauf an, ob wir alles über die Schlüsselfelder richtig gelernt haben. Remi! Ja, sehr gut. Aber das gelöst, der Matthias. Ja, sehr gut.